Ich will Geld machen in meiner Rolle. Ich will nicht Geld machen in einer Rolle, wo ich sitze auf der Bank. Ich will Geld machen, wo ich einfach meine Rolle machen kann. Und das war für mich so okay. Berlin, ich habe, also kein Mensch hat mir was, ich habe mir mal gesprochen, da kam noch nichts. Natürlich wollte ich rüber in die NBA, aber es ist halt so okay, so viele kommen jetzt nicht von Deutschland, wenn sie nicht Euroleague oder sowas kommen in die NBA. Die meisten kommen in die NBA, wenn sie gute Euroleague oder europäische Saison haben und ich hatte das nicht. Und deswegen war es so okay, natürlich will ich in die NBA, aber ich muss vielleicht nach Spanien, weil das die beste Domestik-League in Europa ist. Es gibt, wenn ich, keine bessere Liga und ich kann in dieser Liga wieder wachsen und besser werden. Mein Ziel ist, von dieser Liga den nächsten Schritt zu machen, hoffentlich europäisch und dann hoffentlich, wer weiß, nach Amerika. Bis heute sage ich mir so, ich werde es schaffen, weil ich weiß, was für ein Spieler ich bin, wie viel Arbeit ich dahin gehe und ich werde alles dazu machen und zu schaffen. Und ja, das ist halt mein Mindset.